Norddeutscher Rundfunk Hallo Fabian! Das ist dein Badge! Danke vielmals! Danke! Danke! Da unten sind unsere Mediamatiker gerade ein neues Video. Filme! Ja! John, Mikrofon bitte ein bisschen höher. Nadine Fokus setzen auf mir und sein Gesicht. Ich gehe gerade noch aufrechter. Hey! Oh shit! Habt ihr gar nicht gesehen? Wir sind gerade an der Arbeit im Surrounder. Und wenn du schon gerade da bist, wir haben noch ein paar Käse zur Lobbyste gekommen. Hey Fabian! Du musst noch mit dem roten Klebband drüber. Ja, sicher. Kann ich machen. Hallo! Ciao! Könntest du mir ein paar Werkzeuge geben für nachher? Ja, das ist das Problem. Danke dir! Schlitzschraubenzieher. Multimeter, Inbusschlüsselsatz, Spitzzange und einen Seitenschneider. So, das war er. Mein Einblick hier in den Lehrberufen. Ich bin GF. Wie auch beim Schwingen gehört eine gute Portion Schweizer Tradition dazu, wo alles überschreibt, Alltag besser zu werden. Falls dir etwas interessiert, geh doch auf berufsbildung.gf schauen.